Willkommen zurück zu Layers of Fear Ja, Willkommen ZURÜ recycling! Woire jetzt! Ok, war ich hier? war ich hier wirklich gut ich mach grad weiter darf ich irgendwie in die rein treten ja ne war ich hier ja ne ich hab doch hier gestoppt ne naja gucken wir mal hoffentlich bin ich immer noch auf dem schiff oder ja 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 ok ja jetzt auf jetzt geht er auf meine zähne gehören dir ich geh mal grad zurück ok 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 die tür war auf jetzt plötzlich und mal ganz was gucken warte 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 bevor ich nämlich hier weiter gehe hier nicht eine tür nein hier ist keine tür wir finden auch nicht so weit ok dann gehen wir weiter 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 wie gesagt die haben wir zugemacht die ist jetzt auf jetzt gehe ich schon mal grad weiter geradeaus ok alles klar ich das wollte schon wissen also gehen wir jetzt hier in euren links hier 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 Weil da ging auch noch ein Weg entlang, hab ich das Gefühl. Warten gerade. Gute Frage. Ich geh mal in die Wohnung rein. Ich geh den Weg mit der Wohnung. Mal gucken was dann kommt. Wehe, die Tür geht zu. Okay, ist keine Tür da. Alles klar, komm. Wir gehen rein. Okay. Okay. Der Deutsche... Okay, kannst du da nicht sehen. Titus! Okay. Ist die Frage, was ich hier machen soll. Okay, keine Ahnung. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwas machen, um das hier aufzukriegen. Und nicht die Frage, was. Wir können ja mal gucken. Also jetzt haben wir das. Was gehen wir als erstes? Das wäre ein Bein. Hand. Oh, das sind sehr viele Kombinationen die wir jetzt ausprobieren können. Und dann gucken, ob ich hier Kopf kriege. Das war immer Kopf, ne? Ne, der verändert sich auch noch. Kopf bleibt. Kopf, Kopf. Und der Kopf weg. Kopf. Kopf, Kopf. 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 Ogg. Ich würde sie hinten weiter. Wenn sie nicht kommen. Kopf, Kopf. Kopf, Kopf. Kopf, Kopf. Meine Kopf, Hand, Hand. Hier Hand, Momentchen, Hand, Kopf, 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 Hand, Kopf ...is mein Pound of Flesch. Flesch. Hatte ich gar nicht gesehen, dass das da so schimmerte. Naja gut, wir haben es ja auch geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir ja auch hier rausgehen. Wir haben die befreit. Bin wieder begeistert. Boah, sieht wieder ganz anders aus. Ne, hier bin ich reingerutscht, genau. Okay. Wallowing in a sea of shame, I was never one to serve. But for you, I swallow my pride. Okay, okay, okay. Habt ihr das gerade gesehen? Die Wand. Ne, ach, das spiegelt sich. Ach, das ist ja cool. Was klappt denn? Ob das so richtig ist mit dem Spiegel? Wasch muss man gerade pissen. Oh, ja, oh. Sorry. So, jetzt gucken. Okay. Sind wir jetzt hier komplett durch oder haben wir was verpasst? Mensch, hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Aha, aha. Okay, geht's runter. Ja, schöne T... Da ist aber die schöne Tapete. Sieht ja cool aus. Okay, gehen wir weiter runter. Okay. 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 Aha, wieder eine Kiste. Oh mein Gott, nein. Wie schrecklich, wie schrecklich. Ich habe schon irgendwie ein Bild verpasst oder so, weißt du? Bei den Einwohnungen war nix so mit Bildern, nein. Oh ja. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ah, hier geht's weiter. Okay, okay, okay. Das haben wir gesagt, ja. Ach, guck mal, die ganzen Bäumchen. Nein, ehrlich. Die Autobäumchen ist krass. Was, was ist das denn hier? Guck mal, guck mal, das Indy. Ha! Das ist ja geil. Oh Gott, jetzt kommt's wieder, wa? Na gut, gucken wir mal. Ich hab den ungebracht. Die ganzen Duftbäumchen, jetzt komm ich drauf. Duftbäumchen. Okay, dann. Ich öffne dich, jung. Sieben Weltmeere hab ich gekriegt, wow. Weißt du, ich bin jetzt durch mit den ganzen Dingern hier. Boah, ich hab hier nichts verpasst. Also jetzt können wir hier. Ah, guck mal. Ah, alles klar. Also jetzt ist nur noch das hier da. Die hier zur Tür. Und das war's eigentlich, mir wahrscheinlich. Aber hier liegt über die Kuftbäume, guck mal. Wunderbaum. Wunderbaum. Jetzt können wir nur noch hierher gehen. Ah, nee, hier ist das andere. Okay, ist das andere. Hier sind so keine Bilder, die ich nehmen kann oder so, ne? Nein, hier war nix. Hier war nix, okay. Ah, tut mir leid, dass ich nochmal gucke, aber ich bin halt. Aber hier dürfte nix mehr sein. Nein, hier dürfte nix mehr sein eigentlich. Beidesstens könnte natürlich vielleicht doch irgendwas sein. Ich guck mal grad nochmal schnell nochmal nach. Nur mal kurz, mal gucken. Nee, die hatte auch keine Bilder irgendwie, die ich nehmen konnte, ne? Nein, alles klar, okay. Nicht zumachen. Auf. Na komm, wir gehen mal weiter. Komm, ich setze uns drauf. Ich hoffe, dass ich kein Bild vergessen habe. Oder irgendwas. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab die Exo hinten zugemacht. Ich hab die Exo hinten zugemacht. Ich bin noch nicht dran. Hier geht's hoch. Moment, 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 Moment. Ich hab die Exo hinzugemacht. Ich komm schon rein, komm schon. Ach komm, lass hinzu, komm. Gucken wir mal. Ja, auch bei dem Schiff. Mit der sich, komm, lass es. Wir müssen D sharingen mit den Training lassen. Ich schwache sie. Machen wir uns, Kapitän. Wir werden nach dem 7 Seas stehen. Huuuh, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, muss ich ja irgendwie abhauen oder was? Oh, 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 jetzt geht's mir los. Die Die Scheiße, wo mich hin hin? Lied uns, oh Captain! Wir folgen Sie über die sieben Seas! Scheiße, was soll ich? Oh, das gibt wieder was. Oh, du Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo ich herlaufen soll. Oh, das gibt wieder was. Bestimmt irgendwo verstecken, oder was? Oh, das gibt noch was. Okay, warte mal gerade. Lied uns, oh Captain! Wir folgen Sie über die sieben Seas! Geh der hinten das. Warte mal hab ich das jetzt geschafft, oder? Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Okay, zum Schiff laufen, ich versuche mal zum Schiff zu laufen. Äh, ich versuche mal weiter. Ich muss weiter zum Schiff laufen. Scheiße, ey. Ich hab nichts gesehen, wo ich jetzt hinlaufen muss. Das war jetzt Glück, das letzte. Ach du kacke, also. So. Pass auf, pass auf, pass auf. So. So. Pass auf, pass auf, pass auf. So. So. Pass auf, pass auf. So. 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 jetzt Richtung Schiff. Na komm. Da wahrscheinlich in die Richtung jetzt. So. 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 Nächster, Fünfter. Fünfter. Sechster. Fünfter. Okay, okay, okay. Gut gemacht, Rainer. Sei gut gemacht. Ehrlich, krass. Boah, ich hab gesagt, ich käme ja nie hier raus. Okay. Okay, 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 okay. Ist aber nix, ne? Irgendwas, was ich hier sehen müsste oder so? Nein. Alles klar. Ich muss nicht umgucken, ne? Ich muss nicht weitergehen. Einfach mal umgucken. Okay. Here we are again. You almost had it. She lied to me. She lied to me. She lied to me. she lied to me 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 Sie lief zu mir. Sie lief zu mir. Jen. Wir haben noch hier irgendwas. Sie lief zu mir. Okay. It's so dark. Ich sehe, bis jetzt kann man noch nichts aufheben oder irgendwas. Ich sehe, bis jetzt kann man noch nichts aufheben. Ich sehe, bis jetzt kann man noch nichts aufheben. Okay. 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 Wer kann man auch nicht machen hier? Nee. Zugeschlossen. Ja, sieht wieder anders aus. Zugeschlossen. Du hast es falsch gemacht. Nein. Kann man aber nichts machen. Du hast es falsch gemacht. Hallo? Geht ja gar nichts anderes. Und wenn es noch einen anderen Weg gibt, jetzt habe ich immer so ein Profit. Oh-oh. Boah, wie gruselig geil sieht das denn hier aus? Boah! Wie heißt das? Charakter. Das werde ich nicht sein. Wenn du mich wieder siehst. Boah! Eine mythenumborbene Tragödie. Britische Kreuzfahrtschiff geht unter. Hälfte der Passagiere verschollen. Boah! Nautische Experten und Laien sind gleichermaßen schockiert darüber, dass das hochmoderne Kreuzfahrtschiff in den früheren Morgenstunden auf dem Boden des Atlassens gesunken ist. Die Jungfahrfahrt wurde gleichzeitig zu einer letzten Reise. Die Tragödie ereignete sich in der fünften Nacht der Überfahrt, als ein Feuer in einem Maschinenraum ausbrach. Doch trotz der Bemühungen seitens der Crew bereitete sich die Flammen über die unteren Decks aus und verursachte eine gewaltige Explosion im Heizraum, die dem genannten Rumpf durchsprachen. Während die genauen Zahlen der Todesaufwand nicht bekannt ist, sehen die letzten Schätzungen davon aus, dass ungefähr die Hälfte der über tausende Paragiere und Co-Mitglieder das Feuer zum Opfer gefallen und in den kalten Meeres tief verschollen sind. Ach du Scheiße! Deswegen sieht es hier so aus. Deswegen sieht es hier so aus. Krass! Da geht es unter. Krass! 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 Okay. Wow, wie das hier aussieht. Krank. Recording. Boah, die Toilette, guck mal. Kein Wasser da. Boah, wie das hier aussieht. Ey, wenn das nächste Spiel wirklich so geil ist, so in der Richtung. Boah, weißt du das? Gehen wir mal hoch. Geil, dat hab ich gekriegt, ne? Ja geil, ey. Ich hab die viele Bilder gekriegt hier. The Tempest. The Trail of the... Warte mal, was steht denn hier? King of Lear? Shizu? The Trail of the... Meridys. Okay. Okay. The Proof. The Tempest. Metropolit. Hamlet. The Night Fright. Ach was. No. Krass, voll krass. Boah, wie das hier aussieht, wie das hier aussieht, Wahnsinn, da geil, hier, gucken wir mal was das ist. Flamme, Freiheit, Verwandlung. Der Teufelskreis durchbricht hier und jetzt für immer in der Schleife. Wer lebt, wer stirbt, wer zum Teufel bin ich? Er, sie, er, sie, er, sie, er, sie, er, sie, er, sie, wir durchstrichen ich. Okay. 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 . 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 Für Jahre hat er gelernt, zu hide, zu fliehen mit der Tide, zu pretend, zu sein mit der Vöid. Aber jetzt, als eine Flamme ist, er weiß, dass es kein andere Weg gibt. Die Augen der Eterne sind wieder auf ihn. Er schreit zurück. Er schreit zurück. Boah, wie geil ist das? Ja, das war's für diese Folge, für Layers of Fear. Ich danke für's zugucken, und ich wünsche euch eine schöne und erholsame Nacht. Hehehehe. Sagt euer Sai. Bye-bye Baby. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.